Ja, bitte? Julia, Sie wollten mich sprechen? Oh, scheiße! Würdest du dich hinsetzen, Dale? Muss ich mich hinsetzen? Also, Dale, weißt du, ich mach bei der Arbeit gern mal ein bisschen Blödsinn. Sag, wann und wie ich zu weit gehe. Jetzt! Weil sie nackt sind. Siehst du vielleicht meine... Korrekt! Ähm... Könnten wir das bitte einfach lassen? Und warum? Weil du eine Freundin hast? Sie sind verlobt. Das kleine Mäuschen da darf einen Blick in mein kleines Fotoalbum werfen. Das haben Sie gemacht, als ich unter Narkose stand? Vergewaltigerin, Sie haben mich vergewaltigt! Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein, Jodie Foster. Ich bin dabei. Erledigen wir das Miststück. Das werden wir ja sehen. Ich bin jetzt ein Dödel-Day. Hören Sie eigentlich, was Sie da von sich geben? Jetzt mal ehrlich, wer redet so? Ich hab's, wir treiben es auf ihr. Runter, runter! Ah, da kann man ja unseren kleinen Freund erkennen. Uh, Shabbat, Shalom, da ist ja jemand beschnitten. Kill the Boss. Nur im Kino.